So ihr Lieben, weil ich im Radio gerade eine lustige, aber sinnbefreite Diskussion über Wirtschaftswachstum gehört habe im Nachtradio von, ich weiß nicht was das ist, hier in Bayern ist es BR24 und dann läuft eben am Abend so ein Gemeinschaftsprogramm und da gab es eine lustige Diskussion, habe ich jetzt das Bedürfnis ein paar klarstellende Worte zum Thema Wirtschaftswachstum zu sagen und eben auch dazu, warum eine systematische und gezielte Politisierung der Gesellschaft eine echte Systemalternative ist und das lässt sich sehr gut am Thema Wirtschaftswachstum festmachen. Entpolitisierte Gesellschaften, also solche Gesellschaften wie die, in denen wir heute weltweit leben, sind zum Wirtschaftswachstum verdammt, selbst wenn dieses Wirtschaftswachstum den Weltuntergang herbeiführen würde, ich sage bewusst im Konjunktiv oder sagen wir mal als anders, eine massive Selbstschädigung der Menschheit zur Folge hätte. Das sind so Gesellschaften, die nicht anders können, als wachsen zu müssen, weil wenn sie nicht wachsen, sie systematisch Probleme bekommen. Und zwei dieser Probleme lassen sich sehr klar benennen. Problem Nummer eins ist, diese Idee mit dem Wirtschaftswachstum oder der Vorgang des Wirtschaftswachstums ist in entpolitisierten Gesellschaften ein Mechanismus zur Erhaltung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das heißt, diese Gesellschaften zerfallen, wenn sie nicht mehr wachsen. Warum? Der Deal, der interne Deal ist ungefähr so, der Kuchen wird immer größer und auch wenn die Beteiligung an sozusagen der Rendite oder wie auch immer man das dann nennen will, also an diesem Größerwerden des Kuchens hoch unterschiedlich ist, stellen sich alle besser relativ zu dem, wie sie in der Vergangenheit waren. Also sozusagen, das ist so ein Gewinnspiel für alle. Es gewinnen zwar nicht alle gleich viel, aber alle gewinnen relativ zu sich selbst. Das ist so das grundsätzlich, das Spiel, das kann man auch in Zweifel ziehen, aber grundsätzlich ist das so der Deal in entpolitisierten Gesellschaften. Und wenn aber Gesellschaften dann, also wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann implodiert das, dann implodiert dieser Deal, der geht nicht mehr auf und dann gibt es also unmittelbare Verteilungskämpfe, die auch sehr unmittelbar in massive innergesellschaftliche Gewalt münden müssen. Das ist unvermeidlich dann. Das können wir also auch beim besten Willen nicht vermeiden. Also auch wenn wir alle sozusagen super friedfertig sind und wir wollen das nicht, landen wir trotzdem in diesen Verteilungskämpfen. Das ist Grund Nummer eins, warum Gesellschaften, die entpolitisiert sind, zum Wirtschaftswachstum verdammt sind, auch wenn wir uns massiv damit selber ins Knie schießen und uns kaputt machen und die Erde zerstören und nach, also anti-nachhaltig. Also wir frühstücken alles auf an Ressourcen und dann ist nichts mehr da, also klassische auch Almendeproblematik. Trotzdem tun wir das dann, wir können es nicht stoppen. Also das sind sozusagen Gesellschaften, die sozusagen auf eine Mauer zufahren und sehenden Auges und nicht stoppen können. Ja, also die also nicht bremsen können, auch wenn sie wissen, dass sie auf eine Mauer zufahren und dass irgendwann, man weiß nicht genau wie, irgendwann wann, kommt dieser Aufprall und man hat also einen massiven Verkehrsunfall mit vielen, vielen Toten und trotzdem kann man nicht bremsen. So ungefähr kann man sich das bildlich vorstellen. Das ist also Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist auch, wird häufig vergessen beim Thema Wirtschaftswachstum. Also solange wir eine Konkurrenz von mehreren menschlichen Gesellschaften auf dem Planeten haben und selbst wenn es nur zwei wären, ja, es sind sehr viel mehr natürlich, solange das so ist, konkurrieren diese Gesellschaften auch über folgenden Mechanismus miteinander. Sie konkurrieren über die Effizienz und auch über die Größe ihrer Militärapparate. Das heißt, Militär ist immer teuer, ja, wie wir das auch gerade wieder erleben. Krieg führen ist teuer, Erhaltung eines stehenden Heers ist teuer. Und selbst wenn wir jetzt wieder mal setzen würden, alle Menschen sind wohlwollend und empathisch und wollen eigentlich Frieden, selbst wenn wir das setzen würden, würde das deswegen nicht aufgehen, weil es läuft nach der Logik, es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Dazu muss es aber gar keinen bösen Nachbarn geben. Es reicht, dass der andere böse sein könnte, sodass alle in Militär investieren müssen. Das ist so das klassische hopsianische Gefangenendilemma, 13. Kapitel des Leviathan, wer es nachlesen will. Das ist ein Grundmechanismus, wenn es verschiedene Gesellschaften gibt. Und jetzt ist es so, wenn eine Gesellschaft nicht massives Wirtschaftswachstum hat, kann es sich diesen Militärapparat nicht mehr leisten. Wenn andere Gesellschaften, die parallel existieren, ein größeres Wirtschaftswachstum haben, können sie sich diesen Militärapparat leisten. Und dann entsteht überall sozusagen diese Übermacht eben auch andere Mechanismen, die also für die Gesellschaft, die sich das nicht leisten kann, also die kein Wirtschaftswachstum hat oder geringeres Wirtschaftswachstum, ein massives Problem erzeugen. Nämlich also letztlich die Gefahr, in irgendeiner Form annektiert zu werden oder erpresst zu werden oder unterdrückt zu werden oder wie auch immer, auf jeden Fall in einer unterlegenen Machtposition qua militärischer Gewalt zu landen. Und auch von dem her gibt es sozusagen einen universellen Zwang zum Wirtschaftswachstum, eben im Sinne von, man muss sich dann das Militär leisten können und das kann man nur über massives Wirtschaftswachstum. Das ist der zweite Mechanismus. Und auch das ist die Folge einer entpolitisierten Gesellschaft und in dem Fall halt einer entpolitisierten Weltgesellschaft. Einer Weltgesellschaft, die sozusagen die Grundmechanismen von Politik gar nicht kennt und gar nicht hat. Und sozusagen, das ist der Grund, warum Politisierung, gezielte Politisierung eine echte Systemalternative ist für menschliche Gesellschaften, zumal für sesshafte menschliche Gesellschaften. Weil sozusagen a, politisierte Gesellschaften, das sehen wir wieder überdeutlich am demokratischen Athen, gesellschaftlichen Zusammenhalt eben über den politischen Prozess selbst herstellen und nicht über Teilnahme am Wirtschaftsleben. Also sozusagen ist das ein anderer Inklusionsmechanismus, als eben wir, wie soll man sagen, jeder hat Arbeit oder so oder alle gewinnen am gemeinsamen Kuchen, der größer wird und so. Weil der, 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 wie soll man sagen, die Stiftung des Zusammenhalts ist in einer Politik über den unmittelbaren Kontakt der Bürger, also über einen sehr viel menschlicheren Prozess und nicht über Teilhabe an Ressourcen. Ja, also es ist Teilhabe an einem, an einem Austauschprozess und auch einem Regulationsprozess. Es ist das gemeinsame politische Beraten selbst, das den Zusammenhalt zwischen den Bürgern stiftet. Heute würde man sagen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Und das heißt, politisierte Gesellschaften entlasten sich vom Zwang zum wirtschaftlichen Wachstum. Natürlich können auch sie wirtschaftliches Wachstum haben und unter Umständen brauchen auch sie es. Aber sie brauchen es nicht im gleichen Ausmaß und mit der gleichen erbarmungslosen Notwendigkeit, wie es entpolitisierte Gesellschaften brauchen. Also kurz gesagt, wir tatsächlich, und mit wir ist in dem Fall tatsächlich die Menschheit gemeint, können es nicht vermeiden, auf einen Zivilisationszusammenbruch zuzusteuern, solange wir nicht gezielt politisieren. Deswegen ist sozusagen gezielte Politisierung eine absolute Notwendigkeit, eine systematische Politisierung der Menschheit. Also wir können nicht so mit diesem privatistischen Gesellschaft, mit dem wir derzeit leben, wo wir immer versuchen, über das ökonomische, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stiften und auch in diesen Abwehrkämpfen gegeneinander zu agieren. Ja, dieses Land gegen jenes Land und dieses System gegen jenes System, was alle zwingt, sozusagen massives Wirtschaftswachstum hervorzubringen, um nicht vom anderen bedroht zu sein, beziehungsweise die Bedrohung durch den anderen abwehren zu können, über einen Militärapparat, der dann eben immer zur Verfügung stehen muss, weil der andere könnte angreifen. Das ist also, kurz gesagt, eben das klassische hopsianische Gefangenenilemma, das wir nie aufgelöst haben, weil wir irgendwie naiv dachten, das müssten wir nicht. Ja, wir müssten da nichts machen oder es sei nicht so schlimm oder wir könnten Frieden irgendwie auf anderen Wegen erreichen als eben durch eine gezielte Politisierung der Menschheit. Und das wird nicht sich ausgehen, wie wir heute sehen können oder sagen können. Also kurz gesagt, wir haben jetzt mittlerweile hinreichend viel Erfahrung mit uns selber und auch mit gesellschaftlichen Dynamiken und mit dem, was man halt so Geschichte oder Menschheitsgeschichte nennt. Wir können also mittlerweile zurückblicken auf mehrere Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende Menschheitsgeschichte und können gewisse Grundmuster erkennen. Ja, das ist also mittlerweile, würde ich sagen, tatsächlich dem Reproduzierbar-Wissbaren zugänglich. Ja, wir wissen ungefähr, wie Prozesse bei uns Menschen ablaufen, auch im Großen und Ganzen, also auch auf der Gesellschaftsebene. Und vor dem Hintergrund ist das, was wir also jetzt gerade machen und immer weiter machen, hochgradig naiv, wir ignorieren eigentlich die Experimente, die die Menschheit bisher mit sich gemacht hat, einen Großteil davon unfreiwillig. Aber trotzdem ist die Geschichte eine fortgesetzte Selbsterfahrung der Menschheit mit sich selber. Ich meine, wir machen Dinge und dann passieren Dinge. Und wenn wir also immer die immer gleichen Dinge tun und die immer gleichen Dinge passieren, gibt es halt irgendwann so den Punkt, wo man versucht, Schlüsse zu ziehen. Das ist auch nichts anderes, als was Hobbes dann 1651 versucht hat zu tun. Die Schlüsse, zu denen er damals gekommen ist, würde ich also heute nicht mehr so in der Form unterschreiben, also den Lösungsweg. Aber Teile der Grundanalyse stimmen leider auch heute noch und das zeigt eben auch, wie wenig wir uns weiterentwickelt haben. Also wenn ein komischer, sehr merkwürdiger Denker Mitte des 17. Jahrhunderts eine Gesellschaftsanalyse machen kann, die auch heute noch teilweise zutreffend ist, dann können wir sagen, ist gründlich was schiefgegangen, nämlich wir haben uns als Gesellschaft kaum weiterentwickelt. Ja, das werden viele in Frage ziehen, aber wenn wir jetzt über die Frage von Krieg und Frieden nachdenken und über eben auch die Problematik, dass wir gemeinsam auf einem Selbstzerstörungspfad unterwegs sind und das nicht stoppen können, ganz offensichtlich nicht stoppen können, dann kommen wir immer wieder zurück zu Thomas Hobbes und seiner Analyse von dem, was er dann eben genannt hat, den Bellum Omnium Contra, um das den Krieg aller gegen alle, den wir uns aber heute mit dem vielleicht auch mehr wissen, das wir heute haben, eher als Konflikte von Gruppen vorstellen können oder als Konflikte von Parteien oder wir würden vielleicht auch heute sagen Konflikte von Ländern oder so. Und auf jeden Fall als Konflikte Gruppe gegen Gruppe. Und in dieser Logik ist Wirtschaftswachstum ein absoluter Zwang. A zur inneren Kohäsion, damit diese Gesellschaften intern zusammenhalten, aber auch in der Konkurrenz der Gesellschaften. Und das bedeutet also im Klartext, die Menschheit ist auf Gedeih und Verderb tatsächlich dazu verurteilt, es hinzukriegen, einen demokratischen Weltstaat auszubilden. Wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir tatsächlich in mindestens einer Art krassen Zivilisationsverfall landen, was nicht heißt, dass die Geschichte nicht dann auch danach weitergehen kann oder wieder von vorne losgeht. Also so komische zyklische Modelle wären dann denkbar, wo es also gar keinen echten Fortschritt gibt. Also immer wieder die Menschheit kommt bis zum bestimmten Punkt, dann implodiert das Ding und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und also ohne Sinn und Verstand und auch ohne wirklichen Fortschritt. Das ist durchaus nicht ganz unwahrscheinlich, dass es genau so ablaufen wird. Und also, dass es aber diesen Zusammenbruch geben will, wenn nicht sogar die komplette Selbstauslöschung, was ich für sehr viel Unwahrscheinlicher halte, dafür sind wir zu viele, dafür leben wir in zu vielen verschiedenen Nischen, dass die Erde komplett unbewohnbar wird. Ist gar nicht ganz so leicht herzustellen. Menschen sind da recht findig und dass irgendwo irgendwelche Menschen überleben und dann halt wieder mit der Ausbreitung auf dem Planeten beginnen und so weiter. Das ist wahrscheinlicher, kommt zumindest mir so vor, aber wer weiß schon, was wirklich passieren wird. Ja, es ist alles hoch spekulativ, aber so, wenn man jetzt Wahrscheinlichkeiten sagen muss, ist die eigentliche Gefahr wahrscheinlich halt ein Zivilisationszusammenbruch eben auf einem Level, den es halt bisher noch nie gab. Warum Level? Weil wir halt noch nie so viele waren. Ja, also Zivilisationszusammenbrüche hat es immer wieder und wieder und wieder bei uns Menschen gegeben, in allen möglichen Formen, Farben und Gestalten und Ausmaßen. Das Neuartige ist, dass wir jetzt gleichzeitig mehr als 8 Milliarden sind. Das gab es noch nicht mal ansatzweise. Nur mal zur Erinnerung, in den 50er Jahren waren wir knapp mehr als 2,5 Milliarden. Das war damals schon unglaublich viel mehr, als jemals existiert hatten oder als die meiste Zeit, als es Menschen gab, auf dem Planeten existiert haben. Das war also damals schon viel. Wir haben aber geschafft, in den letzten 70, 80 Jahren uns noch mal mehr als zu verdreifachen. Ja, von einem sehr hohen Niveau. Und das ist eigentlich eine Leistung der Menschheit, so viele Menschen gleichzeitig erhalten zu können auf dem Planeten. Nur, das bedeutet, wenn das Ding kollabiert, passieren noch mal ganz andere Dynamiken als in vergangenen Zivilisationszusammenbrüchen. Das heißt, es wird noch mal sehr viel schmerzhafter. Kurzvariante, Kurzform. Also, wir haben ein großes, großes Interesse, nicht gegen die Wand zu fahren, das ganze Ding. Und mit dem ganzen Ding meine ich tatsächlich die Menschheit, die Zivilisation. Wir haben ja ein riesiges Interesse, weil wenn es passiert, wird es so furchtbar, dass man sich das gar nicht ausdenken kann. Wie sich vielleicht nur Menschen ausdenken können, die jetzt gerade in Kriegs- oder Bürgerkriegszuständen leben. Weil dort kriegt man halt so dieses Feeling, was es bedeutet, wenn Menschen also in drastischen Kämpfen miteinander landen und sich verstricken. Und auch in einer Rachelogik von Schlag und Gegenschlag. Und es schaukelt sich immer weiter hoch. Also, wir haben ein massives Interesse, das zu vermeiden. Aber der einzige Weg, es zu tun, wäre, die Gesellschaft gezielt zu politisieren, weil es uns sozusagen von dem Zwang befreit, ohne Sinn und Verstand immer weiter wachsen zu müssen. Weil, wenn wir es nicht tun, wir unmittelbar so drastische Nachteile erleiden, dass wir immer wieder in diesem Zwang zum wirtschaftlichen Wachstum landen. Also, letztlich entlastet das Politische, das Ökonomische und das vor allem hinsichtlich des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das ist Punkt eins, weil eben das politische gesellschaftlichen Zusammenhalt auf anderen Wege herstellen kann, als durch der Kuchen wird immer größer und jeder partizipiert an diesem Wachstum. Ja, manche mehr, manche weniger. Und plus eben das hobbsianische Gefangenen-Dilemma auszuschalten, also in dieser Konkurrenz der Gesellschaften. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir einen demokratischen Weltstaat bilden, der halt also tatsächlich in einer, so komisch das heute klingen mag, politisierten Menschheit besteht. Also, tatsächlich muss die Menschheit politisiert sein. Sie muss politisch verbunden sein durch die politischen Beratungsprozesse selbst, also durch das unmittelbare Zusammenkommen, sich begegnen, beraten, tiefer gehendes Verstehen lernen, wechselseitiges Verstehen lernen in den politischen Prozessen selbst. Und gleichzeitig ist es eben so, dass dann eben solche Gesellschaften, die aus diesem Weg eben verbunden sind und eben auch gesellschaftlichen Zusammenhalt auf diesem Weg herstellen, nicht mehr den hohen, hohen Druck zu Wirtschaftswachstum haben, dem wir heute ausgesetzt sind. Also, kurz gesagt, wir leben in einem Zustand des Zwangs zum Wirtschaftswachstum. Und wenn wir da raus wollen, kommen wir nicht durch eine Willenserklärung raus nach der Devise, die Growth, wir hören jetzt einfach auf, das wird nicht funktionieren. Also, das ist so ein bisschen das, was wir momentan große Probleme haben zu akzeptieren, dass durch uns hindurch sich Dynamiken vollziehen, die sozusagen stärker sind als unser individueller Wille oder unser Entschluss oder unsere Einsicht oder unsere Haltung. Kurz gesagt, die Dynamiken, die wir gemeinsam freisetzen, fegen all dieses Individuelle und Subjektive mit Leichtigkeit hinweg. Und dass das so ist, haben Denker, gerade im europäischen Raum, seit Jahrtausenden immer wieder erkannt. Also, das Früheste, was wir so finden, wo also Leute diese Dynamik allmählich verstanden haben, ist wahrscheinlich bei Solon und Kleistenes und in sehr, sehr, also auch tradierter Form, wo man dann nicht nur Fragmente hat, sondern also ganze, ganze, ganze ausformulierte Texte, ist vielleicht die früheste Quelle Thucydides. Also, von Denkern, die darauf hinweisen, dass es diese Dynamiken gibt, die größer sind als sozusagen unser privater Wille, ja, oder unser privater Entschluss. Und dass da sich also, also wir gemeinsam Dynamiken freisetzen, die hoch, hoch schädlich sind für uns selber, die wir auch nur gemeinsam stoppen können. Und dieses Gemeinsam, dieses Meta-Wir, könnte man das nennen, dieses politische Wir entsteht aber erst im politischen Prozess selbst. Und wenn man aber in einer entpolitisierten Gesellschaft lebt, hat man dieses Meta-Wir nicht. Da wird dann also zu Recht immer gefragt, ja, von welchem Wir redest du denn gerade? Was meinst du denn mit Wir? Weil dieses Wir keine reale Entität ist. Erst der politische Prozess macht dieses Wir, also tatsächlich das Menschheits-Wir, zu einer realpolitischen Entität. Dann erleben wir, was Menschheit überhaupt heißt. Aber dieses Erleben ist nicht einfach da, man kann es sich auch nicht ausdenken, sondern es muss durch reale politische Prozesse erst hergestellt werden. Und genau das machen wir nicht. Wir leben in entpolitisierten Gesellschaften, in denen es kein Gemeinschafts-Wir gibt. Und so sind wir dann machtlos gegenüber den Dynamiken, die wir gemeinsam freisetzen. Wir haben also sozusagen, wir können uns nicht selbst regulieren. Wir können, wir sind sozusagen, wir setzen gemeinsam Dynamiken frei und kriegen die nicht mehr eingefangen. Wir haben keine Gegenmacht gegen uns selber. Also letztlich müssen wir sozusagen uns selber einfangen. Nicht die anderen sind das Problem, sondern wir selbst. Oder was meine ich wieder mit Wir? Tatsächlich die Menschheit. Wir alle. Wir alle gemeinsam sind das Problem. Wir alle gemeinsam setzen Dynamiken frei, mit denen wir uns dann selber schädigen. Und die wir also nicht als Einzelne, wo wir nicht als Einzelne dagegen halten können und dann geht das irgendwie gut aus. Oder das Gute breitet sich so qua Vorbild aus. Der Einzelne fängt an und dann lässt der andere sich positiv anstecken. Das wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Dann wäre nämlich alles ganz einfach. Aber erkennbar läuft das nicht so. Die Negativ-Ansteckung ist sozusagen sehr viel stärker als die Positiv-Ansteckung. Das ist kein Spiel auf Augenhöhe. Also sozusagen prosoziales Verhalten im weitesten Sinne von prosozial oder für uns gemeinsam nützliches Verhalten hat sehr viel weniger Ansteckungskraft als das Gegenteil. Und insofern spielen das menschliche Gute und das menschliche Schlechte beständig kein Spiel auf Augenhöhe. Genau deswegen sieht die Welt so aus, wie sie heute aussieht. Weil das so ist. Das sind sozusagen die, also in der Realität gewinnt das Gute nicht. Und das ist also sozusagen das Problem, vor dem wir stehen. Und dem können wir nur entgegenwirken, indem wir also gezielt und vorsätzlich uns selbst politisieren. Und mit uns selbst meine ich aber uns alle. Nicht ein paar wenige machen Politik und dann geht das Ding gut. Und ein paar wenige retten die Welt oder haben gute Ideen. So läuft der Hase nicht. Das wird nie funktionieren. Das versuchen wir jetzt seit Jahrtausenden auf diesem Weg. Und das hat uns genau an den Punkt gebracht, wo wir heute sind. Nämlich in eine kurz bevorstehende Katastrophe von nie dagewesenem Ausmaß. Ja, einer Menschheitskatastrophe. Und das mag so ein bisschen Kassandra-mäßig und ja, und über die Apokalypse wird immer geredet und Weltuntergang. Ja, das, das, natürlich. Das sind Punkte. Aber ganz nüchtern. Also wenn man jetzt eher vielleicht auch naturwissenschaftlich geprägt ist, kann man sehen, dass wir in einem Zustand sind, wo wir noch nie vorher gewesen sind. Ja, also wir sind in einer neuartigen Lage. In dieser Lage sind wir noch nie gewesen. Die Menschheit hat noch nie gewesen, in der sie heute ist. Und zwar in vielfacher Hinsicht. Und das Grundding ist aber die schiere nackte Zahl von Menschen, die gleichzeitig existieren. Die hat nochmal ganz andere Dynamiken, Dynamiken freisetzen, Dynamiken, die früher gar nicht möglich gewesen sind, als wir noch weniger waren. Und wie gesagt, ich rede hier nicht sozusagen einem zurück zu alten Zuständen das Wort und romantisiere, sondern ich will sagen, wir stehen vor realen Problemen. Und natürlich liegt die Lösung nicht hinter uns, sondern vor uns. Also sozusagen nicht in der Vergangenheit, nicht in einem zurück zu irgendeinem vermeintlichen Paradies oder goldenen Zeitalter. Sondern wir müssen Lösungen finden für unsere neuartige Situation. Und da gibt es eine goldene Regel. In neuartigen Situationen braucht man neuartige Lösungen. Ja, man kann nicht mit den alten Rezepten versuchen, neuartige Situationen zu lösen. Und das wird sich nicht ausgehen. Und unsere Situation ist auf eine gewisse Weise völlig neuartig. Und deswegen brauchen wir einen Grad der Politisierung, den die Menschheit noch nirgendwo jemals gehabt hat. Auch nicht in dem von mir idealisierten demokratischen Athen. Ich rede von einer nochmal sehr viel politischeren Gesellschaft, als selbst das demokratische Athen der Antike es jemals gewesen ist. Genau das bräuchten wir. Davon sind wir derzeit unendlich weit entfernt. Derzeit macht eine minimale kleine Zahl von Menschen aktive Politik. Und so wird das Ding schief gehen. Das ist sicher. Das ist nicht eine Spekulation. Das ist absolut sicher. Und nur weil wir diese Zusammenhänge nicht anerkennen, wird es nicht weniger wahr. Das ist so ein bisschen wie bei Naturgesetzen. Natürlich kannst du irgendwie tausendmal sagen, keine Ahnung, die Erde ist eine Scheibe. Oder die Erde dreht sich, die Sonne dreht sich um die Erde. Kannst du sagen, es wird halt nicht wahrer. Aber auch wenn alle Menschen das Gegenteil glauben, ist trotzdem das so. Und es gibt halt solche Dynamiken auch im Zwischenmenschlichen. Letztlich Naturlogiken, Naturdynamiken des Menschlichen. Und das sind solche. Und dass es solche gibt, wurde immer wieder erkannt. Namen, die dafür stehen, sind eben unter anderem Thomas Hobbes oder Thucydides. Und nicht ganz zufällig hat Thomas Hobbes auch genau diesen Thucydides ins, glaube ich, englische oder lateinische übersetzt. Ich glaube, ins Englische, mein Wissen diesbezüglich ist schon wieder etwas veraltet oder mein Gedächtnis ist lückenhaft. Auf jeden Fall, Hobbes hat sich intensiv mit Thucydides auseinandergesetzt und das ist kein Zufall. Ist aber dann zu ganz anderen Schlüssen gekommen als Thucydides. Und wir sollten nochmal zu ganz anderen Schlüssen kommen als Hobbes. Nämlich, die Lösung liegt in einer gezielten Politisierung tatsächlich der Menschheit. In einem Prozess, der also uns alle gleich viel zu politischen Wesen macht, zu politischen Akteuren. Und mit gleich viel, das muss man sehr, sehr streng nehmen. Es braucht eine exakte Gleichbeteiligung aller am politischen Prozess. Und auch nicht nur symbolischer Art oder repräsentativer Art, sondern ganz unmittelbarer, ganz buchstäblicher Art. Und wenn wir das nicht machen, haben wir keine Chance, den Prozessen, die wir gemeinsam freisetzen, wirksam entgegenzuwirken. Oder sie wirksam in Bahnen zu lenken, in denen wir uns nicht selbst schädigen. Also Selbstregulation ist nur vollständig politisierten Gesellschaften möglich. Und wenn wir das halt nicht machen, haben wir keine Selbstregulation. Und ohne Selbstregulation fahren wir das Ding gemeinsam gegen die Wand. Und das Ding, das sind wir selbst. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Demokratie, die Politie gelost werden muss.